Herzlich Willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es ein Wohnungsupdate und ich bin mir jetzt zum Zeitpunkt, wo ich das Video anfange, noch gar nicht sicher, wie ich das machen möchte. Ob ich einfach so ein paar Aufnahmen mache und die mit Musik hinterlege oder ob ich das alles euch ein bisschen zeige. Mein größtes Problem ist, dass ich nicht weiß, was ich euch als letztes gezeigt habe von der Wohnung, also in den Umzugsvlogs, wie weit ich da war und so. Und ihr habt ja dann auch in den Vlogs von theoretisch letzte Woche gesehen, wie die Wohnung schon ist. Allerdings kam noch mehr dazu. Deswegen zeige ich euch jetzt einfach mal alles, was ich denke, es ist neu. Und wenn ihr das schon kennt, dann ist es halt so. Und wenn ihr das schon kennt, dann ist es halt so. Und wenn ihr das schon kennt, dann ist es halt so. Und wenn ihr das schon kennt, dann ist es halt so. Und wenn ihr das schon kennt, dann ist es halt so. Und wenn ihr das schon kennt, dann ist es halt so. Und ich glaube, dass ich das schon kennt, dann ist es halt so. Und dann ist es halt so. Vielen Dank.